Beides sicher sehr schön, aber jagen kann man nur im September oder auf die Hochjagd, die schönste Jagd, wenn ich finde und darum sage ich jetzt A. Es gibt viel Schönes, aber zum Beispiel sehr schön ist, wenn man am Morgen früh auf die Jagd geht und es dann noch ganz frisch ist und dann wartet man auf die Sonne und plötzlich ist sie da und sie wärmt einen und es ist wunderschön. Im Rucksack habe ich noch ein bisschen warme Kleider, ein Seil, ein Patent, etwas zu essen, etwas zu trinken. Das ist so schön. Ich glaube eher nicht, die Art und Musik sind für mich zwei verschiedene Sachen. Wir haben auch Musik über die Natur im Allgemeinen, aber einen Jägersong glaube ich nicht unbedingt, dass es der wird. Momentan bin ich in Briegelz, Bräuel Briegelz in der Rival Prisal. Am Ende sind wir in einer Hütte dort oben und ja, sind meistens auf dem All oder im Tal hier am Jagd. Gäms, Hirsch und Reh. Und dann gehe ich in einer Gruppe und zwar mit meinem Bruder, meinen älteren Bruder und meinem Papa. Wir haben gerade eine Treibjagd gemacht und darum müssen wir auch Signalfarben anhaben, damit man es uns gut sieht. Und am liebsten hätte ich jetzt einen Hübsch. Einfach einen roten, erlaubten Hübsch. Hübsch.